Schönen. Schönen Abkommen her, so schnell, so ist es gut. Hoischen Druck auf die Gruß. Sehr brauche ich. So ist es gut. Fütteldeigung nach rechts. Eindring. Viertel Drehung Rückenansicht, Viertel Drehung Seitenansicht, Viertel Drehung Frontansicht, Viertel Drehung, 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 Viertel Drehung So, das hätte noch nicht gerechnet und da kommt das Ecke, ist fast einstimmig, fast einstimmig. Mit 8 zu 1 Kampfrichterstimmen geht der Gesamtsieg, Menzphysik, Junior Menzphysik an den Starter mit der Startnummer 192, Leon Teske vom Klux Fendnes Gießen. So, ein bisschen Applaus hier für unser Gesamtsieger. Junior Menzphysik Gesamtsieger 2019. Machen wir noch ein paar schöne Posen, ja, machen wir eine schöne seitliche Pose. Dann widmen wir dich mit einem Tosenapplaus von der Bühne.